Mein Name ist Philippa Lengley und ich bin hier, um euch eine Geschichte zu erzählen. Über einen Menschen, der zu lange zu Unrecht verurteilt worden ist. Und der nie die Gelegenheit hatte, seine wahre Größe zu zeigen. Sie sind außerordentlich kompetent und ich schätze Sie sehr. Es wäre doch an der Zeit, wir geben den Jüngeren die Gelegenheit zu glänzen. Nun, wenn es darum geht, unter 40 zu sein, da muss ich zugeben, da tue ich mich schwer. Genau wie Sie. Was würde die Sache für dich besser machen? Ein Penis. Dann nimm doch meinen. Der hat gerade nicht viel zu tun. Ein Pferd. Mein Königreich. Richard III. Ich glaube einfach nicht, dass jemand wegen einer Behinderung so böse sein kann. Das erscheint mir nicht glaubwürdig. Ihr seid wohl die Richard III. Society. Ich würde gern sein Grab besuchen. Das gibt nichts. Wollen Sie sich der Gruppe wirklich anschließen? Sie wirken normal. Das bin ich nicht. Haben Sie Bücher über Richard III.? Wir haben acht Titel. Nehme ich. Welche davon? Alle. Wir können es uns nicht leisten, dass du aufhörst zu arbeiten. Ich weiß, dass ich ihn finden kann. Wen? Richard. Welcher Richard? Entschuldige. Der Dritte. Der König. So viele Menschen haben anscheinend eine schlechte Meinung von ihm. Richard III. war ein Thronräuber. Das sind falsche Informationen. Bitte verstehen Sie das nicht falsch. Selbst aus meiner Perspektive. Wirkt das allmählich ein bisschen wie eine krankhafte Obsession? Ich mache das für Sie. Wie willst du es schaffen, ihn zu finden, ganz allein? Alle Informationen, die ich brauche, sind vorhanden, aber ich glaube nicht, dass jemand bisher zusammengefügt hat. Er war ein guter Mann. Ich habe ein sehr starkes Gefühl diesbezüglich. Für mich ist ein Gefühl, wenn man sich in einen Bus setzt und der Sitz noch warm ist. Lass dich von dem nicht rumschubsen. Wohin gehst du? Vielleicht erlebe ich ein Abenteuer. Ich fühle mich, als würde mir ein Geist Hörner aufsetzen. Wenn du nur verstehen könntest, was für ein Gefühl mir das gibt, dann gib mir das Energie. Dann bin ich glücklich. Sie können nicht aufhören. Er war ein legitimer König. Ich werde bis zum Ende dafür kämpfen. Könnten Sie mir erklären, was es mit diesen Buchstaben auf sich hat? Das bedeutet reserviert. Natürlich. Reserviert. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!